was geht meine freundin herzlich willkommen auf meinem kanal die yogi ist mal wieder back am schlüssel für euch ja heute mal ein bisschen ein anderes video zwischendurch ihr seht gerade ich bin hier im hintergrund gerade wieder an der galgenberg und ich mache gerade so langsam aber sicher den hof statt klar hier unseren haupthof damit wir da gemeinsam wieder bauen können und jetzt kam gerade eben ein päckchen rein wo ich einfach mal mit euch öffnen wollte mal so ein kleines unboxing und zwar ist schon weihnachten ich habe von giants irgendein paket bekommen ich bin mal gespannt was da drin ist jetzt du das machen wir auf das praktische messer habe ich schon mal dabei ich habe einfach das erste beste geschnappt wo ich hier zur hand hatte ich mag schon das hätte ich vielleicht doch ein besseres messer nehmen sollen ich hoffe ich mache da nichts kaputt vielleicht ein weiteres dicker buch das eine habe ich ja schon fast fertig ist das gut verpackt da müssen ja millionen drin sein ich hoffe der karton ist nicht irgendwie ein sammlerstück machen wir das halt mal hier ist das gute stück weg damit so schwarze karte in dem glänz logo drauf und science ich hätte auch mal hier ein bisschen vorbereiten können aber ich wurde jetzt komplett ausgerissen irgendwie ich muss mal kurz einspiegeln nicht dass da was drin ist wo ihr nicht sehen dürfen fangen wir mal hier an ein liebesbrief bestimmt wieder in englisch mein englisch ist doch so schlecht thank you for your dedication ich bin ein wichtiger teil der farming simulator community you are an important pillar auf der farming simulator community ok 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 ich lese die ersten zeilen mal kurz durch ich glaube ich weiß schon worum es geht ich hatte gesehen dass man was beantragen kann im mod hub und somit weiß ich genau was es ist das ist eigentlich euer preis euer verdienst freunde und zwar zertifikat vom chance partner haben wir haben ja hier oben haben wir ja schon eins bekommen und hier ein zweites das rote es ist glaube ich für so und so viele downloads im mod hub bekommt man glaube ich dieses schöne symbol ist eine schöne geste ich freue mich sehr danke science und liebe grüße an euch alle aber wie gesagt es ist eigentlich euer verdienst weil ihr habt im endeffekt das ganze ermöglicht ja und mal gucken was sich so in der zukunft noch so ergibt mal schauen ob wir hier im hintergrund mit der galgenberg auch noch was tolles in den mod hub bringen ja heute mal so ein kleines knackiges video ich hoffe euch hat es trotzdem gefallen ich wollte euch einfach auch in meinen tag mit rein nehmen ich werde es jetzt aufhängen und dann geht es weiter mit der galgenberg damit wird auch zu pötchen kommen in dem sinn wünsche ich euch wunderschönes wochenende macht's gut bis dann euer you is Drb D D Du ,